Harry schob die Hintertür auf und hatte keine Chance zu sehen, wer alles da war, als er schon in einer riesigen Umarmung steckte. »Harry, wir haben uns Sorgen um dich gemacht«, rief Mrs. Weasley. Sie schob ihn weg, sodass sie ihn besser mustern konnte. »Hm, du siehst gut aus, als ob du diesen Sommer mehr essen würdest.« Harry grinste. »Ich habe gut gegessen, Molly.« »Harry!« Harry drehte sich um, nur um von Hermine überrannt zu werden. Er umarmte sie zurück und zog Ginny in eine warme Umarmung. Nach einer Runde Rückenklopfen mit Ron und den Zwillingen war es Harry vergönnt, zurückzutreten und wieder einzuatmen. »Harry, wir haben dich noch nicht erwartet. Ich dachte, du wolltest nicht vor deinem Geburtstag kommen.« Schlagartig wurde Harry wieder ernüchtert. »Ich bin nicht hier, um zu bleiben«, erklärte er fest, bevor er sich zu Mrs. Weasley drehte. »Ich muss ein Treffen des Ordens einberufen, aber ich weiß nicht, wie.« Er rieb sich seine Schläfe wegen den lauten Ausrufer aller. »Das wird noch ein verdammt langer Tag werden und kein Ende in Sicht.« »Ruhe!«, brüllte er, und eine gesegnete Stille legte sich über den Raum. Harry blickte Mrs. Weasley ruhig an. »Weißt du, wie man mit dem Orden in Verbindung treten kann?« »Ist es dringend?«, fragte sie nervös. Unschlüssig, was dringend hieß, zog Harry seine Stirn kraus. »Wir haben Zeit bis zur Dunkelheit«, antwortete er mit einem Schulterzucken. »Es war ja nicht so, dass die Todesser die Stadt in den nächsten zehn Minuten heimsuchen würden.« Ihre Augen weiteten sich, aber sie nickte bestimmt. »Dann haben wir genug Zeit, das Fluhnetzwerk in Bewegung zu setzen«, sagte Mrs. Weasley und ging bereits zur Feuerstelle. Harry ging vor, als sie McGonagall anrief. »Minerva, Harry ist hier und möchte sofort ein Ordenstreffen einberufen.« Harry fragte sich, ob seine Professoren wegen der Neuigkeit genauso alarmiert aussah wie die anderen. Ihre Stimme klang genauso streng wie sonst auch, als sie mit Harry direkt sprechen wollte. Mrs. Weasley zog sich aus dem Feuer zurück und winkte Harry zu sich. Harry kniete sich vor die Feuerstelle und steckte sein Kopf in die grünen Flammen. »Mr. Potter«, fragte McGonagall. »Professor, es wird heute Nacht einen Angriff auf eine der kleinen Städte in der Nähe von Little Winning geben«, sagte er frei heraus und war nicht überrascht, das Keuchen um ihn herumzuhören. Ich musste in Orden zusammenrufen und die Verteidigung vorbereiten. »Woher wissen Sie es? Sind Sie sich sicher?« »Ja, ich bin mir sicher«, sagte Harry bestimmt und nickte ihr zu. »Ich hatte eine Vision, wo ich diese Information gehört habe«, log er einfach. Er hatte sich darauf vorbereitet gehabt. Er schnaubte innerlich. Eigentlich hatte ihn Snape darauf vorbereitet gehabt. McGonagall starrte ihn einige Sekunden an, bevor sie sich an Mrs. Weasley wandte. »Molly, du weißt, wen du rufen musst. Ich fange von hier aus an«, bestimmte sie und wartete auf die zustimmende Antwort von Mrs. Weasley. »Eine Stunde«, sagte sie noch, bevor sie verschwand. Harry trat von der Feuerstelle weg, sodass Mrs. Weasley ihre Flohrufe tätigen konnte. Er fand schnell heraus, dass der Orden eine Art Netzwerk zur Verfügung hatte, sodass jeder so schnell wie möglich kontaktiert werden konnte. Nachdem sie Tonks und Mrs. Fick informiert hatte, ging Harry zu seinen Freunden zurück, die alles mit besorgten Gesichtern beobachteten. »Oh, Harry«, rief Hermine sanft, »hast du wieder Visionen?« »Ja«, antwortete Harry zögerlich und ließ sich auf einen der Stühle am Tisch fallen. »Woher weißt du, dass sie stimmt?«, wollte Ron wissen. Harry zog dort zusammen, entgegen der Tatsache, dass er wusste, dass dieses Thema aufkommen würde. »Können wir es riskieren, auch wenn es unecht wäre?«, schnappte er. »Aber Harry, du weißt, was passiert ist.« Harry funkelte sie an. »Ja, ich weiß. Das hier fühlt sich anders an, und du wirst mir vertrauen müssen.« »Ich vertraue dir.« »Aber Harry, du kannst nicht wissen, dass es anders ist.« Harrys Nasenflügel blähten sich. »Wenn Voldemort deinen Geistheim sucht, dann werden wir darüber diskutieren, wie es sich anfühlt. Dann kannst du mir einen Vortrag über die feinen Unterschiede halten, die ein Mensch lernt bezüglich Visionen, wodurch man feststellen kann, ob es eine eingepflanzte Vision ist oder ob Voldemort ganz genau weiß, dass man alles sieht. Bis dahin wirst du mir vertrauen müssen, dass ich den Unterschied verdammt nochmal alleine herausgefunden habe,«, sagte er wütend. Hermine war blass und wirkte wegen Harrys Ausbruch unglaublich verletzt. Aber Harry weigerte sich, sich deswegen schuldig zu fühlen. Sie wird ihm einfach glauben müssen, dass es eine Vision über Voldemorts Vorhaben war, weil er wusste, dass, wenn er ihr die volle Wahrheit sagen würde, sie ihm nicht glauben würde. »In Ordnung, Harry,« sagte Hermine leise. Harry nickte. Sie alle erschraken, als Mrs. Weasley sie umrundete. »Gut,« sagte sie streng, »in Kürze wird hier ein Treffen des Ordens stattfinden. Es müssen sofort Tische und Stühle auf den hinteren Rasen abgestellt werden. Fred, George, ihr kennt den Ablauf.« Sie alle gingen nach draußen und alle wurden ernüchtert, als sie den Hinterhof schnell vorbereiteten, um auf das Eintreffen der erwarteten Leute, die bald erscheinen sollten, bereit zu sein. Tatsächlich kamen schon die Ersten, während sie noch arbeiteten. Harry war keine große Hilfe, da die Hälfte der Mitglieder ihn begrüßten. Er war froh, wenn ihn niemand ausfragte. Es fiel ihm dann ein, dass keiner wusste, warum sie gerufen worden waren. Er sah sich um und bemerkte die verwirrten und argwünnischen Gesichter. Als Professor McGonagall ankam, führte sie ins Wohnzimmer und legte Schutzzauber auf das Zimmer, bevor sie sprach. »Mr. Potter, jeder ist ziemlich besorgt und ein wenig nervös, weil es das erste Ordenstreffen ist, seit...« Sie schluckte schwer. »Seit Direktor von uns gegangen ist.« Harry blinzelte sie erstaunt an. »Warum gab es keine weiteren Treffen?«, wollte er wissen. »Es herrscht immer noch Krieg.« Sie kräuselte missbilligend ihre Lippen. »Ich weiß, dass Ihnen klar sein müsste, dass wir unsere Verbindung zu... Sie wissen schon wem... verloren haben. Im letzten Monat hatten wir keine Informationen, mit denen wir arbeiten hätten können. Sicher gibt es immer noch genug, was der Orden machen kann. »Mr. Potter, in diesen dunklen Zeiten haben wir unseren Anführer verloren. Die Leute trauern. Die Leute haben ihren Weg verloren. Dann sollten Sie ihn am besten gleich wieder zurückfinden. Wir haben keine Zeit, dass sich Leute verlieren. Ihre Augen weiteten sich unmerklich. »Vielleicht haben Sie recht.« »Aber Ihnen sollte bewusst sein, dass die Leute verständlicherweise nicht vertrauensselig sind.« »Sie sollten am besten darüber hinwegkommen,« sagte Harry grimmig und sprach mehr mit sich selbst als mit ihr, als sein Blick durch das Fenster fiel. »Ich habe genug zu tun.« »Ich kann keinen Haufen zänkischer Erwachsener brauchen.« McGonagall's Lippen zuckten, als sie ihn beobachtete. »Ich glaube, es ist Zeit, dass wir das Treffen anfangen.« Sie verließ brüßt das Zimmer und nach einem kurzen Schwenk mit ihrem Zauberstab waren die Schilde verschwunden und Harry folgte in ihrem Kielwasser. Harry war gerade aus dem Haus getreten, als er einen Schrei hörte. »Ihr seid nicht alt genug, um an diesem Treffen teilzunehmen,« kreischte Mrs. Weasley ihre Kinder und Hermine an. »Ich will nichts mehr davon hören.« Harry ignorierte sie und beobachtete amüsiert, wie sich Professor McGonagall auf einen Sitz links vom Kopf des langen Tisches setzte und Harry mit einer Geste aufforderte, am Kopf Platz zu nehmen. Remus saß ihr gegenüber und lächelte Harry zur Begrüßung an, obwohl es unter den gegebenen Umständen ein wenig verzerrt wirkte. Benommen ging Harry den Weg zum Tisch und starrte den langen, improvisierten Konferenztisch entlang, der aus mehreren zusammengeschobenen kleinen Tischen bestand. McGonagall warf ihm einen scharfen, aber zustimmenden Blick zu und Harry holte tief Luft, bevor er sich in den Streit der Weasleys einmischte. »Molly«, sagte er bestimmt und erhielt damit ihre Aufmerksamkeit. »Ich weiß, dass du nicht willst, dass sie den Treffen beiwohnen. Aber ich würde eine Menge Zeit sparen, wenn ich es ihnen zur gleichen Zeit wie allen anderen erklären könnte.« Harry hielt ihren strengen Blickstand und gab nicht nach. »Du weißt, dass ich eine Sekunde, nachdem dieses Treffen beendet wäre, es ihnen noch einmal erklären müsste.« Harrys Freunde schwiegen klugerweise, beobachteten aber mit großen Augen das stumme Duell vor ihnen. Schließlich kräuselte Mrs. Weasley ihre Lippen missbelegend, nickte jedoch. Ohne ein weiteres Wort suchten sich alle einen Stuhl am Tisch. Der ganze Tisch wurde still und jeder starrte Harry an. Er blickte wieder zu McGonagall, aber sie nickte nur, damit er weitermachen sollte. Er war nicht auf etwas in dieser Art vorbereitet. Er hatte erwartet, dass sie die Leitung übernehmen würde, jetzt, wo Dumbledore weg war. »Fahr fort, Harry«, sagte Remus leise und schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln. Harry erwiderte das Lächeln dankbar und sein Selbstbewusstsein war zurück. »Okay, ich habe dieses Treffen einberufen, weil es heute Nacht einen Angriff geben wird.« Er fühlte sich wieder unvorbereitet, als am ganzen Tisch sofort ein Tumult ausbrach. Einige waren panisch, einige blickten ungläubig, einige wütend und einige sahen nur traurig aus. »Du hast dieses Treffen einberufen?«, fragte Shacklebolt belustig. Seine tiefe Stimme war über die misstönen Stimmen, um ihn herumzuhören. »Ja, wir haben eine Aufgabe, die heute Nacht erledigt werden muss.« »Aber du bist nicht der Verantwortliche«, rief jemand, den Harry nicht kannte. Harry zuckte die Schultern. »Irgendjemand muss es sein.« »Du bist noch keine 17, du kannst nicht so dreist sein, Dumbledores Platz einzunehmen.« Harrys Gesicht wurde hart. »Sie haben recht.« »Ich werde nicht Dumbledores Platz einnehmen.« »Er war ein erstaunlicher Mann, wirklich respektiert, und viele von uns haben zu ihm aufgesehen.« »Wir alle hier betrauern seine Abwesenheit.« »Aber was sie vergessen haben, ist, dass er uns niemals wirklich allein gelassen hat.« Harry war genauso wie alle anderen schockiert, als er plötzlich ein Trillern, welches die Luft erfüllte, hörte. »Fox«, hauchte er. Als er in den blauen Himmel blickte, sah er einen Blitz aus Rot und Gold auf sich zu bewegen. Er fing zu schielen an, als der hübsche Vogel schwer auf seiner Schulter landete. Nachdem seine Sicht wieder scharf war, griff er nach dem Vogel, um ihn zu streichen, und war bei dessen Anblick voller Ehrfurcht. »Hallo, Fox«, wisperte Harry. Fox trillerte eine fröhliche Begrüßung und wärmte Harrys Seele. »Er wird immer für den von uns da sein, der an ihn glaubt«, hauchte Harry bewundernd. Durch den Phönix wurde er mutiger und blickte wieder zur Gruppe der Ordensmitglieder. Er bemerkte, dass alle genauso ehrfurchtsvoll aussahen, wie er sich fühlte. »Professor Dumbledore wird immer hier in unserem Herzen sein. Er wird bei uns sein, wenn wir seine Worte und seine Ratschläge achten. Ich glaube nicht, dass er wirklich für immer weg ist«, sagte er, hielt inne und blickte kurz zu Fox. »Ich habe nicht vor, seinen Platz einzunehmen.« Nach einem tiefen Atemzug war sein Ton strenger, als er widersprach. »Wie auch immer. Ich würde ihm einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich die Arbeit, die gemacht werden muss, ignorieren würde. Er würde es als große Schande sehen, wenn wir trauernd herumsitzen würden, während er sich auf seinen nächsten großen Abenteuer befindet.« McGonaggets Blick traf sich mit seinem und sie schenkt ihm ein verständiges Lächeln. Harry lächelte zurück und wäre bereit zu wetten, dass sie Dumbledore öfters darüber hatte erzählen hören. Er sah zu, wie sie ihren Zauberstab aus ihrer Tasche holte und eine Sitzstange für Fox zauberte. Mit einem weiteren Trellern hob der Phönix von Harrys Schulter ab und ließ sich bequem nieder und wirkte, als ob er das Treffen neben Harry überwachen würde. »Also, sind wir bereit, es jetzt noch einmal zu versuchen?«, fragte Harry mit einem frechen Grinsen. Er erhielt gedämpftes Lachen als Antwort. Harry wurde wieder ernst und blickte bestimmt zu den versammelten Mitgliedern des Ordens. »Ich bin hier und habe dieses Treffen einberufen, weil es eine Aufgabe gibt, die heute Nacht gemacht werden muss.« Jeder hörte ihm intensiv zu und Harry fühlte, wie der Druck in ihm anstieg. Seine Verbindung mit Voldemort war nicht etwas, das er unbeschwert erzählen konnte, und er war sich nicht sicher, ob er jetzt darüber sprechen sollte. Diese Menschen mussten ihm glauben. Er versuchte, diesen Teil einfach zu überspringen und war sich sicher, dass Dumbledore das auch gemacht hätte. Voldemort wird heute eine kleine Stadt in der Nähe von Little Winning, wo meine Verwandten leben, angreifen. Ich denke nicht, dass er die Stadt direkt angreifen kann, das ist ganz sicher, weil Dumbledore in der Vergangenheit etwas gemacht hat, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Aber es ist unleugbar, dass er diesen Überfall vorhat, so dass es praktisch beinahe mein Zuhause trifft. Meine Methode, an Informationen zu kommen, ist nicht perfekt, und ich weiß nur so viel, sagte er und erklärte, was er wusste, mit einbezogen den Namen der Stadt, die Anzahl der Todessenen, besser, und das geplant ist, es irgendwann während der Nacht stattfinden zu lassen, auch wenn er nicht präzise sagen konnte, wann es passieren würde. »Woher weißt du das alles?«, fragte Moody argwöhnisch. Harry atmete tief ein, bevor er antwortete. »Es ist eine Methode, von der Dumbledore wusste und nach der ihr schon eingesetzt worden ward.«, sagte er ehrlich. »Es war eigentlich die Spionage, die sie kannten, nicht die Verknüpfung der Narbe.« »Und was für eine Methode soll das sein?«, fragte Shacklebolt. Harry wandte sich, wollte er es doch nicht direkt beantworten. Er glaubte nicht, dass die Leute positiv reagieren würden, wenn sie wüssten, dass er in direktem Kontakt mit Voldemorts Geist stünde. »Es ist eine komplizierte Fähigkeit, die auf der Geschichte zwischen Harry und Voldemort basiert,« sprach Hermine, und sie hörte sich an, als ob sie einen Vortrag halten würde. »Es ist schwerpunktmäßig auf das magische Phänomen begründet, dass Harry den Todesfluch überlebt hat. Das heißt, dass es eine Fähigkeit ist, die niemand anderer handhaben kann. Professor Dumbledore war ein weiser Mann, bewandert in der Kunst der alten Magie, und konnte Harry helfen, seine Fähigkeiten bis zu einem nutzbaren Grad zu entwickeln. Es ist eine instabile Magie, leider, aber kann sehr nützlich sein,« fügte sie lebhaft an. Harry starrte sie erstaunt an, während sie ausgemachten Unsinn erzählte. Mit ihrer Nicht-Unsinn-Stimme und ihrem Ruf eines intelligenten Bücherwurms klang ihre Erklärung erstaunlicherweise komplex und absolut glaubwürdig. Nachdem er selbst ziemlich sicher war, dass selbst Dumbledore die Verbindung zwischen Harry und Voldemort nicht ganz verstanden hatte, wunderte er sich, dass Hermine da eigentlich so überzeugend erklärte. Sein Blick landete bei Ron, der neben ihr saß, und er musste sein Kichern unterdrücken, da dieser immer genauso benommen aussah, wenn er automatisch Hermines Vorträge ausblendete. Er riskierte einen Blick zu Professor McGonagall, die wusste, dass es eine Menge Unsinn war. Sie behielt ihre strenge Maske bei, aber ihre Augen glitzerten vor Belustigung. Bei der weiteren Betrachtung der anderen gab es eine Menge Leute, die genauso wie Ron benommen wirkten. Tonk sah aus, als ob sie gleich einschlafen würde, während Remus Hermine anstarrte, als ob er nutzbares Wissen heraushören könnte. Er fragte sich, ob Remus eigentlich wusste, was Hermine da beschrieb. Viele starrten sie fasziniert an, während sie irgendwelche Fakten herunterratterte. Niemand schien es in Frage zu stellen, auch wenn Harry dankbar dafür war. Er schuldete Hermine etwas dafür. Er nahm an, dass sich niemand mehr trauen würde, eine Frage bezüglich der Quelle der Informationen zu stellen. Also, sicherlich haben es jetzt alle verstanden. Es ist eine unglaubliche und einzigartige Methode, die Harry zur Verfügung steht, die es uns ermöglicht, zu derart wichtigen Informationen zu gelangen. Sie setzte sich zufrieden zurück und wandte ihren Blick erwartungsvoll zu Harry. Ähm, ja, also ich glaube, wir können jetzt unseren Angriffsplan machen, den wir heute Nacht einsetzen wollen. Diejenigen, welche während Hermines Erklärung wie in einem Stupor gefangen waren, wurden wieder lebendig, als Harry sprach. Hast du Vorschläge, Harry? fragte Remus. Harry schenkte ihm ein kleines, dankbares Lächeln. Die Leute taten sich sowieso schwer, zuzulassen, dass ein Teenager ein Treffen leitete. Unterstützung von einem der wachsenden Mitglieder war sowohl ermutigend als auch hilfreich. Es war schon merkwürdig, dass der Großteil der Gruppe die Führung schätzte, auch wenn sie von jemandem, der so jung war, kam. Er fragte sich, inwieweit das sein Status des Auserwählten zu verdanken war. Harry schob diesen Gedanken zur Seite und fing an, die Grundstrategie, die er mit Snape am Vormittag durchgegangen war, vorzustellen. Der einzige Unterschied war, dass Harry die Abwehr auf eine Stadt konzentrierte. Er zögerte kurz, bevor er zustimmte, dass man Speer in den beiden Nachbarstädten positionieren würde, mit dem Hintergedanken, dass Voldemort sie vielleicht getäuscht haben oder seine Meinung geändert haben könnte. Jemand, der apparieren kann und die anderen bei Bedarf alarmieren könnte, sollte nach Todesern Ausschau halten. Harry seufzte erleichtert, als die anderen anfingen mitzuarbeiten und die Leute einteilten. Moody und Shacklebolt übernahmen die Führung und Harry hörte gespannt zu, als jeder seine Posten und Aufgabe zugeteilt wurde. Diese Leute hatten das schon früher gemacht. Er ließ sich wieder auf seinen Stuhl sinken und fand heraus, dass sie nur jemanden gebraucht hatten, der sie wieder anführte. Hatten sie erst einmal eine Information und ein Ziel, so wie McGonagall gesagt hatte, wuchs die Gruppe wieder zu einer geschlossenen Einheit. Alles lief schließlich ruhig ab, bis man das Thema der nächsten Mitglieder der Gruppe aufbrachte. Fred, George, Ron, Jenny und Hermine mussten darum kämpfen, nicht ausgeschlossen zu werden und bekräftigten, dass sie helfen wollten. Mrs. Weasley wurde dieses Mal von weiteren Mitgliedern des Ordens unterstützt, die keine Kinder mit hineinziehen wollten. Harry hielt sich so lange wie möglich heraus, aber es dauerte nicht wirklich lange, bis er in den Streit mit hineingezogen wurde. Harry will auch kämpfen, stimmt's, Harry? rief Ron. Plötzlich war Harry wieder im Rampenlicht. Ich werde dort sein, wo der Kampf stattfindet. gab er leise zu. Bitte, rief Ron triumphierend. Das war aber keine Frage von dir, Harry, sagte Remus scharf und erkannte, was Ron entgangen war. Sie bekamen jetzt die ungeteilte Aufmerksamkeit aller. Remus schlug nicht sehr oft diesen Ton an. Nein, das war es nicht, stemmte Harry ruhig zu. Harry, sagte Remus warnend. Harry wich dem intensiven Blick von Remus nicht aus. Ich kenne die Wichtigkeit meiner Person in diesem Krieg besser als jeder Einzelne hier, sagte er und ignorierte die scharfen Blicke, die er von Ron und Hermine erhielt, abgesehen von denen der anderen. Ich weiß und kenne die Risiken, die ich eingehe, und ich versichere dir, dass ich nicht vorhabe, in der vordersten Schusslinie mitzumischen. Trotzdem werde ich dort sein, wo der Kampf stattfindet, machte Harry weiter und seine Stimme beharrt und sprach von Bestimmtheit. Wenn sich mir eine Möglichkeit bietet, dass ich helfen kann, dann werde ich sie annehmen. Ich werde nicht zu Hause sitzen und nichts tun, wenn es einen Krieg gibt. Das ist eine Schlacht, nicht der Krieg. Remus war etwas überrascht, dass Harry mit seinem Kopf zustimmend nickte. Du hast recht. Der Krieg wird nicht gewonnen, wenn man in dieser Schlacht kämpft. Aber es wird mich nicht aufhalten, alles Mögliche zu tun, um die Pläne Voldemorts zu vereiteln. Harry, du hast deinen Beitrag schon geleistet. Du hast unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Lass uns jetzt unseren Anteil erfüllen. Das werdet ihr. Aber das ist eine Gruppenarbeit heute. Es wäre töricht, nicht jede Hilfe, die man bekommen kann, anzunehmen. Je mehr mitmachen, umso wahrscheinlicher können die Todesser bekämpft werden. Wenn man uns Kinder als Späher einsetzen würde, könnten andere mit mehr Erfahrung und Kampfpraxis gegen die Todesser kämpfen. Harry zeigte auf seine Freunde. Ron, Hermine, Ginny und ich haben Erfahrung im Kampf gegen Todesser. Wir sind keine Neulinge und ich sehe keinen Grund, uns auszuschließen. Remus seufzte ergeben. Wann hast du dich in diesen intelligenten jungen Mann verwandelt, der sich den Krieg stellt? Du bringst so gute Argumente, als dass ich mit dir diskutieren könnte. Danach erlaubte Mrs. Weasley den anderen, als Späher in den anderen Städten eingesetzt zu werden. Harry wusste, dass sie es nur deswegen erlaubte, weil Harry sagte, dass es nur eine minimale Chance gab, dass sich Todesser dort blicken lassen würden. Seine Freunde waren nicht gerade erfreut, nicht am Geschehen teilnehmen zu dürfen, aber sie akzeptierten es, dass sie überhaupt mitmachen durften. Ron und Hermine würden zusammen Ausschau halten und die Zwillinge in der anderen Stadt. Ginny konnte noch nicht apparieren und würde mit den Zwillingen gehen, die das Seit-an-Seit-Apparieren beherrschten. Harry weigerte sich, woanders als beim Kampfgeschehen zu sein, war aber bereit, den Tarnumhang zu tragen. Das Treffen wurde unterbrochen und der Großteil der Leute, die sich normalerweise nicht bei den Weasleys aufhielten, war schon gegangen, bevor Madame Pomfrey etwas ansprach. »Wir haben noch ein anderweitiges kleines Problem«, sagte sie zögernd. Sie schien unentschlossen, wen sie mit ihrem Problem zuerst ansprechen sollte. Schließlich blickte sie Professor McGonagall an. »Der Krankenflügel ist für einige Verletzungsarten ausreichend gut ausgerüstet, was hoffentlich heute Nacht nicht nötig wird, aber wenn sich eine weitere Angelegenheit dieser Art eignen sollte, würde mir ziemlich schnell die Tränke ausgehen.« McGonagalls Lippen waren zu einer Linie zusammengepresst. »Das ist natürlich ein Problem«, stimmte sie zu. »Was ist mit Slughorn passiert?« fragte Harry neugierig. »Mr. Potter, ich glaube, Sie waren dabei, als Professor Dumbledore ihn gefragt hat, ob er wieder unterrichten könnte. Er hat sich wieder versteckt, oder?« McGonagall nickte kurz. »Leider geht es nicht nur darum, auf ihn zu verzichten«, erklärte sie. Harrys Augen wurden verdächtig schmal und sie nickte wieder. »Verfluchte Hölle«, rief er aus. »Mr. Potter, achten Sie auf Ihre Wortwahl«, schnappte McGonagall. Harry verdrehte nur seine Augen und dachte über das dargestellte Problem nach. »Ich nehme an, dass Snape derjenige war, der gewisse Tränke herstellte«, sagte er verbittert. Um Harry herum keuchten einige, weil Harry es wagte, Snape's Namen auszusprechen. Er fragte sich, ob das bald genauso verpönt sein wird, wie war Voldemorts Namen. Diesen Gedanken schob er wieder beiseite und konzentrierte sich wieder auf das Tränkethema. »Es kann schwierig sein, Tränke hoher Qualität auf dem Markt zu finden, und wenn man sie finden kann, dann sind sie sehr teuer«, sagte Remus leise. Harry starrte Remus an und langsam kam die Erkenntnis. »Du hast nicht deinen Wolfsbandtrank«, Remus nickte einfach mit dem Kopf. Harry wollte fluchen und schreien, dass es verdammt ungerecht war. Er wusste, wo der Zaubertränkemeister war und wusste, dass er immer noch auf der hellen Seite stand. Langsam weiteten sich seine Augen. Augenscheinlich hatte er keine Möglichkeit, den Zaubertränkemeister anzuheuern, aber er hatte Zugang zu dessen Notizen. Er konnte ein ganzes Jahr lang im Tränkeunterricht durchschummeln und er braute bessere Tränke als Hermina. Das konnte er jetzt auch bei dem, was er vorhatte, zum Vertuschen nutzen. Mit der Hilfe des Tränkemeisters selbst, wenn er Glück hatte. Und er konnte ebenso auf Draco zurückgreifen. Harry beckte den Tisch entlang und sein Blick blieb bei Hermine hängen. Sie funkelte ihn an und er wusste, dass sie das, was er sich zuletzt ausgedacht hatte, ahnte. »Nein, Harry, das ist gefährlich!« »Ist es nicht!« Während Harry sich seine eigenen Gedanken gemacht hatte, führten die Erwachsenen weitere Diskussionen und wurden jetzt unterbrochen, um Harry und Hermine zuzuhören. »Wie kannst du das sagen?« schnappte Hermine wütend. »Weil es helfen könnte, und wir können jede Hilfe, die wir bekommen können, gebrauchen.« »Nicht von ihm!« sagte sie und hörte sich noch wütend an. »Hermine, es ist nur ein Buch, nicht mehr und nicht weniger.« »Du weißt, die Diskussion schon vor Monaten hatten.« »Hier geht es nicht um Noten, Hermine. Man kann damit Menschenleben retten.« »Genau!« schnappte sie, weil Harry ihre Argumente nun gegen sie verwendete. »Und wir werden nicht noch mehr Leben damit riskieren.« »Ich kann nicht glauben, dass du das vorschlägst!« schrie Ron und sah beide wütend und verwirrt an, nachdem er seine Stimme wiedergefunden hatte. »Es ist nur ein verdammtes Buch!« brüllte Harry. »Das ist es nicht, und das weißt du, Harry!« Und Hermines Stimme wurde auch lauter. »Schluss!« unterbrach McGonagall den Streit. Sie bedachte Harry mit ihrem stechenden Blick. »Um was geht es, Mr. Potter? Ich habe eine Möglichkeit, wie ich ein Tränke, die Madame Pomfrey braucht, kommen könnte.« sagte Harry, und seine Stimme war bestimmt, aber viel leiser. »Aber es ist gefährlich! Das Buch gehört Snape!« Harry funkelte sie gefährlich an, und ihm gingen böse Gedanken über Tratschgeschichten durch den Kopf. »Mr. Potter!« warnte McGonagalls Ton. Harry seufzte schwer und erklärte kurz das Buch. Hauptsächlich erwähnte er Snapes zusätzliche Randnotizen zu den einzelnen Tränken. Es gefiel ihm nicht, dass Hermine noch schnell über die gefährlichen Zaubersprüche, die er ebenfalls aus dem Buch gelernt hatte, erwähnte. Wenigstens verschwieg sie, dass er einen an Draco ausprobiert hatte. McGonagall sah grimmig aus, während sie alles Gesagte überdachte. »Professor Snape kannte seine Tränke.« »Harry, bist du dir sicher, dass du die benötigten Tränke für Madame Pomfrey brauen kannst?« »Ja«, sagte Harry schnell, dankbar, dass einige der Tränke im sechsten Schuljahr durchgenommen worden waren. »Und das, was ich nicht brauen kann, werde ich kaufen«, fügte er hinzu. »Das wird nicht nötig sein, Mr. Potter. Dafür ist der Orden zuständig oder Hogwarts.« »Ich bin ein Mitglied des Ordens. Außerdem habe ich die Mittel, Tränke zu brauen oder die gebrauchten Tränke zu kaufen.« Er traute sich nicht, zu Hermine und Ron zu blicken, wohl wissend, dass keiner von ihnen zufrieden mit ihm war. »Das sollte nicht in ihrer Verantwortung liegen«, sagte Professor McGonagall, die auch wenig glücklich über die Situation war. Harry zuckte die Schultern. »Es muss einer übernehmen, und ich bin derjenige, wer, der das kann.« Sie studierte ihn einige Momente, bevor sie schwer seufzte. Das war eine Reaktion, an die sich Harry langsam gewöhnte. »Dann in Ordnung«, sagte sie. »Äh, dafür muss ich nach Hogwarts.« Sie blickte ihn scharf an. »Ich glaube, das will ich nicht so genau wissen.« Harry grinste sie schließlich an. »Nein, das denke ich auch.« McGonagall lächelte ihm leicht zu. »Hogwarts ist immer geöffnet«, sagte sie und stand auf, um zu gehen. »Ich nehme an, ich werde sie morgen treffen.« Harry nickte, aber ihre Worte warfen neue Fragen auf, auch wenn er sie nicht aussprach, als sie wegging. Er war neugierig, wie Hogwarts geschützt wurde, wenn alle offensichtlich weg waren. Er nahm an, Filch und Mrs. Norris waren so ziemlich die einzigen, die heute Nachmittag dort waren. Aber vielleicht gab es auch noch andere. Die Schilde waren sichtlich ein starker Schutz, auch wenn keiner drinnen war. Ob Hogwarts wieder zum nächsten Schuljahr geöffnet wird oder nicht, ob das schon entschieden war oder nicht, das war die große Frage, die Harry noch nicht beantwortet haben wollte. Wenn Hogwarts nicht mehr geöffnet werden sollte, dann müsste er sich mit anderen Problemen herumschlagen, aber im Moment war er nicht bereit, darüber nachzudenken. Alle Erwachsenen waren verschwunden und Harry blieb bei seinen Freunden, die sich näher zu ihm setzten. Er wusste, dass er jetzt mit Fragen überschüttet werden würde und er freute sich nicht darauf.